Wir haben eine Idee gehabt, einen Plan gehabt und natürlich haben wir nicht die ganze Woche über Selbstvertrauen und Überzeugung gestrahlt und das aufgezeichnet. Natürlich sind da irgendwo Gedanken da, ob das alles funktioniert und natürlich entsteht da ein Druck, an dem du dich stellen musst und das gehört dazu. Und natürlich haben wir gehofft, dass, ich habe es eben schon mal gesagt, das Momentum vielleicht für einen selbst liegt und man mal in Führung gehen kann, dass man da die Bestätigung kriegt und nicht irgendwo noch mehr Zweifel aufkommen oder die Zweifel, die vielleicht da sind, bestehen bleiben. Aber das ist alles unwichtig. Wir können das relativ schnell abkürzen, indem wir einfach festhalten, es hat nicht gereicht. Das, was wir geliefert haben, hat nicht gereicht. Das waren wir selber. Es war nicht irgendjemand anders, sondern wir haben diese Ergebnisse geliefert und heute dieses Ergebnis eben auch geliefert, dass wir uns nicht davon befreien konnten. Vielen Dank.